Ich schulde denen einen Tausender. Nur von mir aus eine Million. Was spielt das noch für eine Rolle? Heute gab es Lohn. Ich könnte dir 200 geben. Nein, Brenda. Wir bleiben noch vier Stunden, bis Perry das Urteil vollstreckt wird. Wenn du die Deadline ohne Resultat verstreichen lässt, meint Darren, musst du einen höheren Preis bezahlen. Du hast eine Stunde. Sie sollen, wie ich gehört habe, Kredite vergeben. Ja, wenn ich flüssig bin, aber... Wir warten auf niemanden. Ich habe dir das Leben gerettet. Nicht das Leben, meine Beine. Das wird mich aber das Leben kosten. Wir müssen uns beide unterhalten. Ich werde sterben, Michael. Was? So wie ich das nächste Mal einschlafe. Das funktioniert überhaupt nicht. Ist alles Quatsch. Willst du Rache? Ich weiß nicht. Ich will nur... Du willst Rache? Ja. Wenn die Jungs diese Ärsche nicht bis zum Morgengrauen gefunden haben, setze ich ein Kopfgeld auf sie aus. Wie viel? 10.000 Euro. Hey, wie geht's, Alter? Wolltest du nicht was von mir? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ich wünschte nur, ihr hättet's mir erzählt. Falls ihr es aus irgendwelchen Gründen noch nicht mitbekommen habt, wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Hören Sie, es tut mir leid. Nein, mir eine runter. Was? Zum Aufwachen. Dadurch kommt mein Kreislauf in Schwung. Sehr gut. Können wir anfangen? Niemals hat mir einer so viel Schererei bereitet wie du, Mann. Was wird das, Kenny? Ich sage dir, dieser Arsch bleibt nur. Du bist echt bescheuert. Du bist echt bescheuert. Du bist echt bescheuert. Vielen Dank.